Jo, welcome back! Und ich muss was eingestehen. Ich hab in einem Walkthrough nachgeschaut und hab festgestellt, dass ich einen Schlüssel verpasst hab. Und es gibt auch jetzt keine Möglichkeit, den wieder zu holen, weil ich komm nicht mehr zurück. Wir sind ja diese Schluchttunnel gesprungen und ja, da geht's einfach nicht mehr hoch. Ja, ich werde am Ende des Levels ein kurzes Video hinzufügen, wie man einen Schlüssel holt. So, dann gehen wir aber mal weiter. Soll uns ja nichts ausmachen, wir holen einfach die anderen Schlüssel jetzt. So, hier ist dieses Ding wieder. Aber ich lass es jetzt mal aus, weil es einfach nur nervig ist. Oh, ich könnte meinen Karten da öfters verwenden. Hier liegen immer nur... Oh, jetzt nicht, scheiße. So. Hier liegen lauter Schachteln rum. Ja, natürlich bin ich hier, als ob sie es wüssten, nur an der Ziellinie. Komisches Level. So, dicht auch noch. Oh, oh. Schon wieder der Cheat. Das weiß ich ja schon. Okay. Ja, es kommt jetzt wahrscheinlich immer, wenn ich, ähm... Oh, fuck. Sobald ich, ähm, auf so ne Raute drauf bin. Wow. Fuck you. Oh, ich mach' ich so kalt. Sehr schön. Au. Fuck. Na egal. Also, wenn man das Spiel neu startet und dann auf... Oh. Dann auf so ein... Ich nenn's jetzt mal Raute geht. Dann erscheint eben wieder, dass man... ...den Cheat eingeben kann, wenn man möchte. So. Da gibt's Muni. Nicht runterfallen. Dich hab' ich auch gesehen. So, Raptoren, Raptoren. Ein Schalter. Den drück' ich mal nicht. Ich schau', was hier noch so gibt. Ja, echt kacke, dass die Map nicht geht. Das würde mir einiges zersparen, aber egal. Oh, schon wieder so ein... ...komischen... ...Stachelteil da. Na egal. So, du triffst mich nicht mit deiner scheiß Pfeife. Glasrohr. So. Bumm. Wow, wow, wow. Da nehme ich jetzt auch mal wieder die Kralaten. Ha. Schöne Muni. Unter uns hat's... ...ne Super-Health. Äh, ne, Full-Health. Brauch ich jetzt nicht. So. Oh. Ne. Oh. Ein Portal. Geil. Gehen wir erstmal da rein. Aha. Okay. Aber hier geht die Map wieder. Immer nur da, wo man's nicht braucht. Zumindest ich nicht. Das regt ein wenig auf. Oh, fuck. Ich hätte sie lieber im großen Level, die Map. Aber egal. Scheint wohl echt ein Bug der PC-Version zu sein. Dafür hat die N64-Version auch ihre... ...Macken. Aber es ist nicht so, dass es das gleiche Spielerlebnis ist. Hab ich auch schon gesagt, ähm, dass die Mucke da ein bisschen anders zertönt. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, die Schalter drücken. Aber war da nicht noch ne... Na, egal. Ah, fuck. So. Raptoren mach ich so kalt. Und jetzt. Ich werde da hinten zum Gegner. Geh schon mal auf Distanz ein wenig. Ah, fuck. Ja, war klar. Die machen sich gegenseitig kalt. Geil. Fuck. Ich hasse die super dicken. Oh, schon wieder ne Tech-Rüstung. Oh, ich muss jetzt echt aufpassen, dass sie mir halten bleibt. So, hier geht's runter. Oh, da geht's natürlich nicht durch. Scheiß Logik. Na, was du machst, weiß ich nicht. Sinnlos gegen den Zaun laufen. Oh, da war grad ne Falle. Gut, dass ich Side-Straffing gemacht hab. Oh, oh. Oh, oh. Nimm mal doch gleich die Tech-Pfeile. Hab ich nicht mehr. Scheiße. Jetzt aber. Ah. Achso. Fuck. Na? Mach nur. So. Ah. Scheiße. Der Kollege ist auch wieder respawnt. Das hier einer drin war offensichtlich. Zack. Ah, ich verschwende mal die Pumpgun. Wär ich ganz sinnvoll, dann kann ich mal die grüne Muni verbrauchen. Ich werd sowieso hier irgendwo ne rote Munition finden. Oh, Pistol Clips, auch nicht schlecht. Ah. Fick dich. Scheiße. Bumm. Bumm. Na komm. Die lass ich mal aus. Oh, hinter mir, oder? Ne. Da. Zu spät. Ach, macht es Spaß mit dem Aiming hier. So, kann ich da rüberspringen? Ich glaube nicht. Ne. So, dich habe ich auch noch. Oh, ne, er schießt ja. Oh, ein Speichelpunkt. Gut, dann speichern wir. So. Genau. Oh, fuck. Wir sind immer noch nicht tot. Na, sag mal. Ah, jetzt sind wir in der Höhle, gut. Siehst du mich nicht? Doch. Hallo. Ich möchte mal treffen. Ah, okay. Gut, ich glaube, da komme ich hin. Wow. Spring runter. Ja, fein. So. So. Malerweise darf man ja Körpergröße nicht mit Gehirngröße und Intelligenz vergleichen, aber bei denen bin ich mir jetzt nicht so sicher. So. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, fuck. Zum Glück hat er mich komischerweise nicht gesehen. For rockets. Okay. Ah. Explosivarmung. Schön. Ich dachte schon, den Boden geht es unter mir weg. Ja, das wäre es ja. Oh, der Schlüssel ist sehr schön. Hol mal. Two keys to find in this level. On this level natürlich. So, hier müssen wir jumpen. Oh, fuck. Oh cool, Baumtextur. Okay. Ist mir gerade so aufgefallen. Jetzt sind wir wieder hier. Und sammeln die Exclusive Shells ein. So, wieder zurücklaufen. Lalalala. Noch eine Rakete. Habe ich die vergessen einzusammeln? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Brauche ich jetzt nicht. Aber wenn es hier die... Oh, fuck. Die Armor gibt, dann muss man auch hier den Raketenwerfer bekommen, denke ich mal. So war das doch immer. Vom Level Design her. So. Oh. Gibt es hier noch was? Ne. Da auch nicht, wahrscheinlich. Sinnlos. Oh. Der muss sitzen. Okay, zwei Wege. Ich glaube, sie führen beide nach oben. Boah, was haben die eigentlich für... ...komische, spastische Zuckungen teilweise? Hier. Ich verstehe die Leute nicht. Hier ist noch einer. Oh, zwei sogar. Oh. Fuck. Okay. Ich glaube, muss man da weit springen? Ne, geht so. Oh. Fuck. Noch einer? Ne. Gut. Oh, ein großer Scheiße. Ich hasse sie. Oh, fuck. Geh mal lieber mal schnell rein. Oh. Was ist denn das? Oh. Quad-Rocket-Launcher. Vier-Fach-Raketenwerfer. Okay. Also, der schießt anscheinend vier Raketen auf einmal. Ich möchte ihn jetzt nicht verschwenden. Ich glaube, den hebe ich mir für einen Boss auf. Oder ich weiß nicht. Ist halt sehr stark und es gibt, glaube ich, nicht so viele Raketen. So. Ich glaube, da unten war nichts mehr außer dem Portal. Dann gehen wir mal hier weiter. Scheiße. Scheiße, noch drei Kugeln. Oh. Fuck. War da nicht was? Nur mal die Minigum zur Abwechslung. Ich glaube, da bahnt sich was an. Ich höre ganz viele Jump-Räuche. Ja, genau. Schieß schon mal rein präventiv. Oh, ja, genau. Gibt's mir halt. Oh, ne Tech-Rüstung. Und so, ein Ochse mal wieder. Oh. Hätte ich da abkürzen können? Na, egal. Wo geht's denn jetzt hin, Leute? Ach, da. Oh, da ist schon der letzte Schlüssel. Sehr schön. Ja. Ja, genau. Ist klar. Ja, und du auch noch hier. Genau. Gibt's mir doch alle dreckig. Ähm, treffen. Ja. Dich hab ich auch gesehen. Keine Sorge. So, Grenade-Lounger. Treib ich den? Natürlich nicht. Oh, Anne hätte gereicht. Ja, ich sterb halt noch ein zweites Mal. Oder noch ein drittes Mal. Komm. Scheiße. Ich würde nur testen, wie oft der sterben kann. Scheiß Bug. So. Oh, ich liebe den Granatenwerfer. Oh. Hm, wo geht's denn weiter hier? Ach, da. Okay. Oh, oh. Warum rennt der so schnell? Fuck. Da stimmt was nicht. Ja, nehmen wir doch mal wieder den Plasma. So. Der stirbt auch jetzt noch mal. Ne, schade. Ich weiß nicht, wie ich den Bug hinbekommen hab. Oh, große Hängebrücke. Und Levelende. Okay. Aber ich schau, ob hier noch irgendwie einen zeitlichen Weg gibt oder so. Weil ich glaub, ich hab das Chronosceptor-Teil noch nicht eingesammelt. Ah, da kann ich rüberjumpen. Okay. Und hier irgendwo? Ne. Gut. Dann jump ich mal da runter. Oh. Fein. Chronosceptor-Piece. Sehr schön. So. Gut, dann gehen wir mal durchs Portal. Auch wenn wir nicht alles eingesammelt haben. So, Level 7. Gut, hier fehlt jetzt ein Schlüssel. Und ich würd sagen, im nächsten Part werde ich kurz die Stelle zeigen, wo der Schlüssel ist. Offscreen natürlich dann wieder zum Levelende hinspielen, weil das ja... ähm... Das kennt er ja dann im Prinzip schon. Und dann werde ich gleich im Anschluss mich wieder hier befinden. also... wie so eine Zeitreise quasi. So. Bis dahin bleibt noch aber nur zu sagen... Tschüss und bis bald. Vielen Dank.